So ihr Lieben, da bin ich wieder. Mein Name ist André Kasel und ich bin heute euer Line Dance Instructor und nehme euch mit auf Christmas Every Day von The Overtones. Die Choreografie ist von dem Choreografen, ach guckt einfach unten in die Beschreibung rein. Sie ist auf jeden Fall nicht von mir. Ich habe sie einfach nur noch mal eingetanzt, um sie euch einfach noch mal nahe zu bringen. Sie ist wirklich toll, ist auch für Beginner geeignet, aber sie ist ein bisschen flotter und dynamischer. Vielleicht genau das Richtige in der Vorweihnachtszeit. Wir haben zwei Restarts, einmal auf der Wand 3 und einmal auf der Wand 8, nach jeweils 16 Counts, also zwei Achten. Dann einfach ein Restart tanzen. Seht ihr aber auch in der durchgetanzten Version. Ich drehe mich schnell rum. Wir starten mit dem rechten Fuß, haben ein Vor-Tap-Rück-Tap-Rechts-Vor-Tap-Rück-Tap. Ein Grape-Vine-Line. Vier, fünf, sechs und ein Viertel nach links. Kann auch gerne mit einem Scaff getanzt werden, natürlich. Dann ein K. Schritt, Klapp, Schritt, Klapp, Schritt, Klapp, Schritt, Klapp. Roly-Poly, Roly-Poly. Und eine Box. Fünf, sechs, sieben, acht. Alles beginnt von vorne. Vor und Rück. Und vor und Rück. Und seid dahinter, seid und Tapp. Seid dahinter, wenn ihr wollt, Scaff. Und auch mal eine schöne Alternative, anstatt zu klatschen. Winken geht natürlich auch mit den Armen sehr, sehr schön. Roly-Poly, ganz wichtig. Und eine Box am Ende. Sieben, acht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachtanzen der Schritte. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Übrigens, der Pullover ist selbst gemacht. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Vielleicht habt ihr ja Spaß, wollt auch einen haben. Könnt ihr euch auch hinten eure Namen drauf drucken. Schöne Weihnachten! Ja. 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 Und das. Ja. Bist du. Das ist ein año. Ja. Ja. Bist du. Kon equations. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020